Hallo zusammen, ich bin Dina, ich mache Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin Ampia und ich mache jetzt mit meinem Alltag. Zu meinem Alltag gehören Blutentnahme, Spritzen machen, Verbands wechseln, Trinken und auch administrative Arbeiten wie Termine für Einbaaren. Mir gefällt der Beruf besonders, weil jeden Tag anders ist und ich viele Patienten Kontakt habe. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und habe schon sehr viel über den menschlichen Körper und Organismus lernen dürfen. Hast du auch Freude an Kontakt mit Menschen und bist interessiert an medizinischen Tätigkeiten? Dann kann ich dir die Ausbildung wirklich sehr empfehlen.